Theon, Rondomedia, Beyond the Legend, Mysteries of Olympus. Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und es ist wieder ein Wimmelbildspiel. Ja, da müssen wir jetzt mal durch, ja. Auf dem einen Slot werden jetzt hier nur noch Wimmelbildspiele kommen. Wir gehen wieder hier zu den Göttern sozusagen. Wie der Name hier Olympus ja schon vermuten lässt. Ja, ich war schon im Spiel mal kurz drin, hab den Namen eingetragen und die Musik mal angepasst. Ich denke mal, es ist laut genug. Ansonsten, naja, sagt halt Bescheid. Es kommt jetzt drauf zusammen, ob ich das Spiel wieder in einem Rutsch durchspielen kann oder nicht. Dann habt ihr meistens keine Chance mehr, was zu schreiben. Das ist einfach so eine Sache. Die einen wollen dann hier Folgen sehen, die anderen wollen mitbestimmen. Und ja, die sage ich dann immer, wann fließt denn sozusagen der Tipp mit ein. Aber die Musik ist richtig schön, muss ich mal sagen. Ein neues Spiel, wir müssen mal machen, ja. Ja, Theon präsentiert. Ja, was präsentiert er denn? Okay, ein Bild. Muss ich hier jetzt was klicken oder geht es von allein weiter? Ja, man sieht halt keinen Ladeschirm. Ich klicke mal. Was? Theon ist der wohl bekannteste Jäger Griechenlands. Ah ja. Wer ist das? Wer ist die? Eines Tages Landarbeiterjagd, die wunderschöne Artemida kennen. So, und jetzt nochmal klicken. Wohlwissend, mit wem sie es zu tun hat, fordert sie ihn zu einem Jagdduell heraus. Ah ja. Während sie im Wettstreit miteinander liegen, wächst ihre Liebe. Aha, und der Göttervater, ja. Aber Zeus, Artemidas Vater, will seine Tochter nicht gestatten, die Ehe mit einem Sterblichen einzugehen und sperrt sie auf dem Berg Olymph ein. Als Hera und Hermes sehen, wie sehr Theon trauert, beschließen sie ihm zu helfen. Hermes begibt sich gleich, oh Gott, ihn nach Athen zu gehen, dort wo Hermes, so Hermes, kann das haben wir noch eine, beginnen. Ah ja, okay. Ja, das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Ich konnte es gar nicht lesen, so schnell, wie das hier durchscrollt. Ja, sorry. Aber die Musik ist doch sehr bisserl laut. Ja, muss ich mal gucken. Ja, das stellt sich jetzt so schön aus, weil Leiser geht es nicht. Ja, oder? Als Hilfe. Was seht ihr? Hinten Objekt, Wimbelsspiele, lalalala. Ja, ne, das brauch ich nicht. Menü. Äh, möchtest du zu dem Hauptbund zurückkehren? Ja, ich hab gedacht. Na ja, gut, da gehen wir jetzt durch und dann schau ich mal. Ich muss über die Scheibe die Systemsteuerung wieder hier, das ist ein bisschen leiser drehen. So, äh, jetzt hat er. Also, wie gesagt, das ist wieder ein Wimbelsspiel. Ich weiß noch nicht, wie es ist, aber ich glaub, das hier ist wieder so ein bisschen ein besseres von den Wimbelsspielen, was wir jetzt bisher hatten. Also ein neueres. Allerdings muss ich ja hier halt vorlesen. Aber, na ja, gut. Damals Monkey Island 1 und so, da gab's auch noch nicht wirklich eine Tonausgabe. Erst später wurde mal eine Teil-Gevension erfunden dann. Ne, egal. Das kann ich ja lesen. Da haben wir ein Wimbelsspiel, glaub ich. Ja. So, hier sind wir schon drin, ne? Wir müssen schon wieder suchen. Okay. Ein Kreuz zum Beispiel. Ist ja gleich mal ein Kreuz zu sehen. Augenscheinlich jetzt mal nicht. Einen Anker sehe ich. Einen Anker brauchen wir aber nicht. Eine Muschel zum Beispiel. Eine Muschel, das ist das eine Muschel? Nö. Ist es nicht, okay. Hm. Eine Muschel. Oh Gott, da gibt's wieder da hinten in den Gestein hier auch wieder Sachen. Ah, nee, da ist das Kreuz. Ja, das sieht ja eher aus wie ein Templerkreuz hier. So. So, eine Spinne. Eine Spinne, eine Spinne. Warte mal, die hab ich aber schon beiläufig gesehen. Die ist hier. Sandalen. Wer hat hier eine stinkige Sandale liegen lassen? Hallöchen, Sandale. Gehst du mal zu der Vandalen? Hahaha. Ne. Sandale? Sandale? Was ist denn das hier? Ist das ein Schwamm oder ein Handtuch? Ich sehe hier keine Sandale. Hier ist ein Katzengesicht. Naja, wurscht. Machen wir mal weiter. Einen Händeabdruck. Moment mal. Einen Händeabdruck. Ööö. Ach, da. Schlange. Schlange, Schlange. Da wird mir bange. Wo ist denn die Schlange? Ich sehe hier keine Schlange. Ööö. Einen Schmetterling sehe ich. Ja, ich sehe mal was anderes, was ich nicht brauche. Das ist immer so. Wo ist denn hier? Das ist eine Schnecke. Die Schnecke brauchen wir auch nicht. Warte mal. Warte mal. Herz. Wenn ich hier gerade ein Herz sehe. Ein Seil. Ach, da ist ein Stück Seil. Feder. Feder, Feder, Federlein. Federlein, Federlein. Da ist eine Bürste, glaube ich. Das ist eine Schuhbürste hier hinten. Da ist ein Pfeil. Was ist das? Eine Münze brauchen wir auch noch. Ähm. Hm. Schwierig. Was sage ich das hier? Zehn. Ach so, ja. Das sind, was ich schon gefunden habe. Tipp. Ah ja, okay. Wahrscheinlich. Die Fiole muss immer voll sein, dass man Tipp hat. Das ist die Münze, glaube ich. Ja, und ich muss die Musik nochmal, wenn Geyser drehen, dann. Das geht jetzt aber leider nicht. Ohne, dass ich die Aufnahme beenden muss. Weil wir sind schon im Menü so weit unten. Mehr geht nicht mehr. Sandal, Feder. Ah Mann, wo soll das sein? Das ist, ist das jetzt eine Fische oder eine Feder? Ach egal, ich klicke mal. Ne, es ist keine Feder, okay. Dann ist das ein Fisch wahrscheinlich. Schlange, aber eine Schlange, die müssen wir doch sehen, oder? Das ist eine Kette, das ist keine Schlange hier. Und das ist so ein, ja, so ein Oktopusarm hier. Ist das eine Schlange? Ne, auch nicht. Das ist eine Olive oder so was. Ein Ring. Muschel, Muschel, Muschel. Ich sehe hier keine Muschel. Ach. Das ist die Schlange, glaube ich. Ja. Das hat eigentlich ausgesehen wie so ein Gehstock oder so was. Was ist denn da oben? Paprika. Werden da Paprika rein? Sandale. Ach, da ist die Feder. Das ist aber gemein gewesen. Da ist eine Zwiebel, da ist ein Frosch. Dann haben wir hier einen Seestern. Aber alles, was man halt nicht braucht, sieht man jetzt wieder mal. Da ist ein Baum. Ein Vogel. Ach, das ist die Sandale, glaube ich. Das sieht ja komisch aus. Erst am ersten Blick, da muss ich mir was überlegen. So. Einmal noch. Die Muschel. Boah, ey. Die Muschel. Das ist es nicht. Ne, das ist es nicht, glaube ich. Ha. Ist die jetzt echt oder ist die auch irgendwo nur abgebildet, die Muschel? Das ist die große, große Frage, ne? Ne, ich sehe sie tatsächlich nicht. Ich sehe sie absolut nicht. Ist das, ne, das ist Sand oder so? Hm. Ich nehme mal einen Tipp, komm. Da. Äh, ja, da habe ich jetzt echt gedacht, das ist der Henkel. Äh, das könnte ich mal nützlich erweisen. Ne, Münzen, dann den Schuh, okay. So, jetzt haben wir das gelöst. Was ist da? Kann man nicht. Was sind das hier für Zettel? Hä? Was kriege ich damit? Schließlich stand ich vor den Toren Athens Hermes hat mir gesagt, dass ich hier von jemandem erwartet würde, wie ich meine geliebte Atemida finden könnte. Ah ja, so. Da kann man die Geschichte lesen, da kann man reden. Muss ich da was anschauen? Ich weiß es ja nicht. Da ist eine Wache. Seht mal mit dem Typ hier. Hau ab! Köln, glaubst du, du könntest einfach so nach Athene rein spazieren? Ja, natürlich. Äh, wir zählen Ihnen zwei Messern hier. Ja, und jetzt soll ich dir eine Münze schenken. Geh großzügig, sei willkommen, Wanderer. Ja, geht doch, also schmieren lässt sich ja jeder. Aha. So, jetzt kann ich wieder lesen. Heute ist das Fest der Göttin Athene. Vielleicht basiert es ja auf der Agropolis. Vielleicht hat dort jemand nützliche Informationen für mich. Wie auch immer, ich muss auf jeden Fall angemessen gekleidet sein. Ah, da können wir rein. Hm, war das die Katze? Schade, man kann sie nicht irgendwie anstreichen. Also gehen wir mal da hin, oder? Dieses Gebilde soll wohl eine Eule darstellen. Okay. Ja, das müssen wir jetzt zusammensetzen hier. Ja, jetzt gucken wir mal, ob man irgendwie erstmal, kann man das irgendwie dann drehen? Was ist das hier? Teil, schieben, ausgeblendet, zweimal. Ach so, ah, ich sieh ein Glotz. So kann man drehen, aber. Das könnte doch schon so passen, ja. Oh ja, passt. Und das passt dann hier. Was haben wir denn da? Das sieht auch wieder so eine Schnecke aus, ja. Ja, es ist immer schwieriger, wenn die Teile noch nicht richtig gedreht sind. Dann ist es immer ein bisschen schwerer. Das ist so dunkel hier, das Teil. Was man das könnte. Das könnte hier irgendwo an die Seite passen. Oder vielleicht auf der Seite. Ja, das war zufällig. So, dann haben wir den Teil, der könnte. Oh, heh. Ja, wie günstig. Das wird hier passen, oder? Ja. Und das Teil einmal gedreht. Ja, das dreht irgendwie mal verkehrt rum erstmal. So rum. Und der Teil hier. Da. Ach, das sind die Augen. Ah, ICI-Eyklotz. So rum. Ich habe jetzt gerade solche Schnecken hier. So, da haben wir den Uru fertig. So, was macht ihr hier? So, dann gehen wir doch mal da rein, oder? Was haben wir da? Ah, da steht der Uru, okay. Eine Ruhe. Dann haben wir hier wieder ein Bild. Ist das die Göttin hier? Die Athene. So, ich muss irgendwie diese farbigen Puzzleteile an den richtigen Blöden. Platz legen. Hm. Okay. Was haben wir denn da? Schönes Rot, 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 Grün, Grün. Blau. Äh. Ja, was verschiedenes halt. Dann haben wir hier Violett, Blau. Okay. Und wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Ich kann das drehen. Ich kann das schieben. Okay. Da müssen dann wohl immer passende Farben aufeinander einkommen, oder? Wie ist das? Das sehe ich schon ein Problem eigentlich, weil, hm. Da haben wir so viel Rot hier. Höh? Ach Gott. Da gehen die Dinger. Okay. Ah, jetzt verstehe ich es. In der Mitte ist ein Stein, der die Farbe hat. Und jetzt muss ich gucken, dass die Farbe wahrscheinlich hier dann irgendwann komplett ist. Nur die Frage ist, äh, 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 ja, wie tauscht sich das aus? Ach, das muss ich dann initiieren. I see, I glotz. So, dann tun wir mal hier die Bohne auswechseln. Warte mal, äh. Ja, nee, äh, blöd. Das kann man... Hä? Achso, wenn ich ziehe und dann... Ah, das ist ja umständlich. Wenn ich ziehe, dann tauscht das erst aus. Äh, wie soll ich denn das machen? Das funktioniert doch nicht. Äh, das war jetzt... Also, Ina, so ganz verstehe ich es noch nicht. Hm. Das geht doch nicht. Nie im Leben. Wie soll ich denn hier... noch einen grün? Warte mal, wenn wir hergehen, das so mal drehen... Äh, dann haben wir... Hm. Naja, das ist aber auch blöd. Damit ist das blaue hier. Ja, dann tausche ich ja wieder einen aus. Oh Gott. Äh, das ist das Problem. Da wäre es ja einfach anders, ne? Wie mache ich denn das, damit das was wird? Da habe ich jetzt auch orange, ne? Ja, jetzt habe ich ja den orangen, nämlich da. Äh, warte mal, vielleicht welchen grün nochmal da. Warte mal, warte mal, jetzt können wir das doch schon mal perfekt machen, hier das eine. Ja, das würde jetzt stimmen, aber hm, ich kann es ja mal drehen, aber ich brauche das wahrscheinlich zum sortieren. Jetzt kann ich die zwei, kann ich auch mal. Ja, und jetzt haben wir da noch... Och, das tut sich ja günstigerweise selber lösen, hier. Oder? Ne, äh, doch, nur nicht ganz. Äh. Grün, orange, orange. Äh, warte mal, warte mal. Orange, ne. Wir müssen versuchen, dass das Grün auf der Seite ist. Äh, ne, ah, das taucht sich wieder gleich aus. Hm, Mist. Ja, doch nicht so einfach, das tut sich doch nicht so einfach auflösen, hier. Und wenn wir jetzt, äh, das mal so machen. Ja, genau, dann haben wir jetzt nicht zwei Grüne und zwei Orangen, ne? Ja. Bin ich gut oder nicht? So, und jetzt? Kann man da noch was lesen? Ne. Ähm, das nächste Wimmelbild. Äh, da habe ich schon ein Spinnennetz gesehen. So, eine Münze. Ein Pilz. Pilz hier. Wo sind die an Pilze? Ja, ein Fuss. Fusspilz oder so. Ähm, was haben wir noch? Ein Ohrring. Ein Mond. Ein Mond. Ein Fuß. Okay, diesen Fuß brauchen wir tatsächlich. Ist ja wieder eine Feder. Ihr habt es wieder an Federn. Da ist ein Kugel, der hat Federn. Also, das zählt doch, oder? Ein Huhn. Wird mal ein Huhn. Ist das nicht ein Küken? Dann ist das doch ein Huhn im Prinzip. Ja. Okay. Wo manche immer denken, das wären zwei verschiedene Tiere. Aber aus dem Küken wird ja ein Huhn. So, ähm, weiter geht's. Knoblauch hätte ich anzubieten. Will aber keiner. Eine Nuss. Da haben wir eine Nuss. Eine Haselnuss. So, und da ist eine Muschel, oder? Ne. Äh, die brauchen wir gar nicht. Blödsinn. Eine Spielkarte hätte ich hier. Was haben wir da? Ein Pflaster. Ein Hase. Ach Gott, da ist die Feder. So. Ein Mond. Ein Mond, ein Mond. Das ist doch bestimmt irgendwo aufgemalt. Das müsste bestimmt so eine Sichel sein, oder? Könnt ihr mir vorstellen? Ein Zahn. Dort hat man ein Zahn. Der, ja. Ähm. Ohrring. 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 Da ist der Mond. Ohrring. Das ist aber schwer. Ist das ein Ohrring? Jetzt brauchen wir noch einen Pilz. Da ist der Pilz. Ja, das könnte noch nützlich, äh, eine Münze. Ja, wieder zum Bestechen. Sag mal, flimmert das Bild an immer so blöd. Was hat man da noch ein Juwel? Haben wir da auch noch mitgehen lassen. So, müssen wir dann da irgendwie was machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das da reinmachen muss. Und was war jetzt in der Truhe? Ich weiß gar nicht. Das Juwel wahrscheinlich dann. So. Dann gehen wir mal hier raus. Ja, also das ist hier Absicht, dass die Wolken so stoddern. Das ist jetzt nicht, weil das Spiel ja schlecht läuft. Ähm, naja. So, dann gehen wir mal hier hin in den Keller, da, oder was? Sei gegrüßt, Wanderein. Der beste Taverna von Athen. Hier kannst du dich satt essen und deinen Durst löschen. Für eine Drachme kannst du auch ein Zimmer mieten. Ach ja, die haben ja Drachmen da. Okay. Der grinst so komisch. Ich mag Leute nicht, die so verschmitzt grinsen. Was ist denn das hier? Heute ist das Fest, was sind ja meistgeachtete Philosophen der Zeit. Aristoteles auf den Stuhl zu aggroß alle rangen wandern. Doch ist hierfür angemessene Kleidung voraussetzung. Ah ja. Wo kriegen wir die? Wir können ja nackt gehen. Die ist es angemessen, oder nicht? Hallo? Ach, das hier im Himmelsspiel. Was hat denn der zu sagen? Hey, hallo, ich will mit dir reden. Dann halt nicht. Ja, dann müssen wir das Himmelsspiel machen hier. So, was hätten wir da anzubieten? Mosaik? Was sind jetzt die komischen Brocken hier? Da und da und da und da. Ich glaube, das müssen wir da noch zusammensetzen, oder? Da sind Mosaik. Sonnenblume. Da. Spargel. Das ist ne Gurke. Wir wissen ja, ein Spargel. Ah, da, ein grüner. Weintrauben. Äh. Weiß ich gerade nicht. Eine Eierschale habe ich hier. Ein Schwein. Wir wissen ja, ein Schwein. Normalerweise steht es im Stall. Was ist das hier? Weintrauben und Schwein. Fragezeichen nicht anzubieten. Ein Fisch mit einem Knopf. Auge. Sag mal, was soll denn hier? Ist das das Schwein? Boah, das sieht aber fies gewesen. Und die Weintrauben. Das müssen ja mehrere sein. Das ist ein Salat, also ein Blumenkohl, würde ich sagen. Mond. Sind das die Trauben da unten? Ne. Hä? Da ist ein Kupf. Ein Besen, eine Erdbeere. Ach, da. Ich hätte mehr als von Treibler erwartet. Das könnte nützlich, okay. Ja, für was ist die Frage? Kann ich jetzt hier? Nein, kann ich nicht. So, es ist jetzt das eigentlich. Immer noch nichts. Ja, gehen wir da rein. Ich brauche eine Drachma und dieses Zimmern. Ach so. Das ist doch überhaupt kein Thema. Da haben wir einen Drache. Aha. Ein angenehmer Aufenthalt. Ob der angenehm ist, weiß ich noch nicht. Suche ich hier. Das Fenster ist offen. So, was haben wir denn hier? Eine Vase. Eine Kiste. Eine Rolle. Dann haben wir hier ein Bettchen. Da ist es Mosaik. Zufälligerweise fehlen da ein paar Teile. Ich muss die fehlenden Teile finden. Ich hätte da was anzubieten. Hm, dieses Mosaik scheint irgendein Tier darzustellen. Tja, was könnte das wohl sein? Tja. Das ist immer so ein Problem, wenn die Teile natürlich dann... Oh Gott. Ja, das ist, wenn das halt auch so Bruchstücke sind, die dann so unförmig sind. Ah, nee, es geht schon. Ein Teil hätten wir schon mal. Noch ein Teil. Ist das vielleicht ein Elefant? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ein Elefant ist, aber... Kann ich jetzt noch nicht sagen, wo es hingehört. Hm. Nö. Ah, ja. Irgendjemand mir gedacht, das könnte ja sein, ne? So. Naja, gut. Jetzt wird es hier ganz schwarz, das Teil. Wobei... Warte mal. Das könnte ja schon vorne passen. Nee, doch nicht. Hallo? Das passt hier, okay. Was soll denn das für ein Tier werden? Hm. Gute Frage. Nächste bitte. Ah, ja. Vielleicht der Antilope. Kann man da noch keinen Reim drauf machen, was das sein soll. Äh, das Teil passt irgendwie gar nicht richtig. Doch. So, das müsste dann da vorne, ne? Oder ist es ein Elch oder was auch immer? Ach. Ich habe gedacht, da fehlen doch noch mehr Teile, aber die sind manchmal schlecht zu erkennen, hier wenn sie da rumliegen. Ja, das ist ein Hersteller oder was sein. Oder ein Reh oder auch was auch immer. Ja, und was hat es jetzt? Oh, eine Geheimtür. Yo. So, was haben wir hier? Das ist ein Vorratsrahmen oder wie? Naja, da machen wir das Wimmelspielspiel ja natürlich, ne? Was haben wir denn? Wir brauchen einen Knopf. Der Knopf ist hier. So, ein Frosch. Komm, wir doch. Lippen. Das ist ne Maris. Ja, aber wir brauchen eine Katze tatsächlich. Was war eine Katze? Das ist ein Hafe. Das könnte eine Katze sein. Okay. Was brauchen wir schon wieder? Einen Mond. Jetzt haben wir ihr mit eurem Mond. Ein Skelett. Das Skelett ist da, zufälligerweise. Kastanie. Eine Kastanie. Hm, vielleicht. Ja. Lippen. Da sind sie. Schmetterling. Der ist hier. Und ein Dreieck. Wo ist ein Dreieck? Da ist ein A. A und Blatt. Herz. Würfel. Dominosteine. Ein Mond. Wo ist ein Mond? Ein Skorpion ist auch da. Wo ist denn hier ein Mond? Und das hier? Ein Dreieck. Hm. Ein Dreieck. Mein Hut hier hat Dreiecken. Ist hier kein Dreieck? Schlüssel. Da ist ein Brötle oder ein Semmel. Also hier gibt es jetzt nicht so versteckte Sachen wie bei manchen anderen Winkelspielen. Hier gibt es halt tatsächlich nur die Teile liegen blank irgendwo rum. Ja, das macht es aber auch nicht leichter, das zu finden. Oh Gott, das Dreieck ist hier im Spinnnetz integriert. Das ist ja fies. So, die Harfe ist nützlich. Sollen wir da jemandem was vorspielen? So, und der hat ja wirklich einen Platzschiss hier, ne? Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir für heute Schluss. Wir wollen ja das Spiel nicht in einer Folge durchspielen. Möglicherweise, ne? Ich sage vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr gibt es natürlich beim nächsten Mal, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht. Ich sage bis dahin, euer Lego. Ciao.